Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge The Kalisto Protocol. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir stellen jetzt den Strom hier mal an. Und schauen nochmal, was passiert. Auf jeden Fall nice, dass ihr wieder am Start seid. Der Strom ist an. Jetzt zurück zum Bahnsteig. Ja, geht hier die Action los oder nicht? Ja, hey, wie gesagt, Freunde, nice, dass ihr dabei seid wieder. Vielen Dank für... Ah, nee, nicht Sturz, nicht Sturz. Oder nur gucken, ob ich das irgendwie benutzen kann. Kann man hier runter? Kann man hier runtersturzen? Ja, geht. Ähm... Ja. Ja, ich kann dich hören. Ich komme jetzt zur Kolonie. Melde mich, wenn ich da bin. Muss jetzt leise sein. Scheiße. Sei vorsichtig. Bis gleich. Boah, das ist gerade richtig geil mit der Lichtstimmung hier, oder? Also nochmal, danke, dass ihr am Start seid. Danke für euren Support. Gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefällt. Und gerne auch meinen Partner abchecken. Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr kostenlos beim Gewinnspiel mitmachen. So, jetzt haben wir aber den ganzen Kram mit uns. Na komm, dreh dich um. Warum, dann willst du es doch auch. Das geile ist, das haben wir ja schon getestet beim letzten Mal. Dass ich, äh... Oh, shit. Das ist ein bisschen viel, Jungs. Geht mal zur Seite. Ne, ich will das mal testen. Nein! Komm her! Mann, Alter, ich... Ey, ich will es so nicht... Mann, verdammt! Ich teste hier gerade was. Kann man das nicht irgendwie... Ja, das will ich machen. Ja, du Sau... Komm, doch mal direkt. Bist du tot, bist du... Du Lump. Juh, genau. Da gibt es nämlich eine Truffee. Juh. Geil. Ja. Bist du Bescheid, Freunde? Geil, ja, geil. Gut. Wie gesagt, Angst brauchen wir nicht haben. Obwohl es schon ganz cool ist hier drin. Also, wie gesagt, so von der Stunde... Es ist schon nice, Mann. Es ist schon nice. Habe ich es nicht wieder aufgesammelt? Achso, nee, das wird ja automatisch verbraucht, wa? Stimmt, stimmt, so ist es ja. Stimmt, die Energie wird ja automatisch verbraucht. Guck. Guck. Ah, ist hier noch was? Der Typ am Boden, Alter! Der ist fast getötet, der ist so eine Saue. Ich dachte einmal, wenn der am Boden ist, zu zutreten reicht. Der hat mir jetzt ganz gut Schaden gegeben. Direkt nachladen. Ja, 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 ja. Macht euch jetzt keine Panikmusik, ist doch alles in Ordnung. Was? Oh shit, Junge, wo kommst du denn hin? Aber die Pistole ist so viel besser als die kleine Spritzpistole. Warum sollte man die nehmen, Alter? Die andere. Ich hab da noch nicht ganz den Sinn gesehen. Ach, alles gut. Auswahl treffen! Ist ja gut jetzt. Ähm, 2700. Wie gesagt, ich hätte mir das hier nicht holen sollen. Das hätte ich mir nicht holen sollen. Scheißdreck. Weil du wirst ja also... Wir haben ja jetzt wirklich sehr viel Munition. Sehr viel Munition. Jetzt haben wir wirklich einen Punkt erreicht. Sehr viel Munition. Aber auch sehr viele Gegner und trotzdem sehr viel Munition immer noch. Woran liegt das? Jetzt kann man die Kisten öffnen. Äh? Das ist aber auch kein gutes Zeichen vor, ne? Das wisst ihr selber, ne? Vier Kisten? Kein gutes Zeichen. Ja, ich geb's dem Boss weit. 100%. Ja, Inventar voll. Ja, ja, ja. Ist gut. Brauchst du nicht mehr anzeigen? Ich hab's verstanden. Ich will nur mal kurz sehen, was es ist. Munition, Munition. Da ist kein gutes Zeichen vorne. Äh, hm. Warte. Komm, wir nehmen uns ganz kurz nochmal die Zeit. Einmal kurz hier rein nochmal. Ähm. Okay. Also, ich hab jetzt ein paar Sachen nochmal verkauft. Und hol mir jetzt nochmal einen Schadensupgrade für den Schläger. Ja. Guck dir deinen eigenen Prügel an. Ja, genau. Wer macht das nicht? Gut. Okay. Mal schauen, ob's jetzt einen Boss weit gibt oder irgendeinen... ...größeren Fight. Abfahrt Richtung Frachtumschlagzentrum. Es geht los. Mitte von der Tunnelwand. Fernhalten. Ja, ja, sehr gut. Okay, 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 okay. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Mensch, was erlobst du dir eigentlich? Komm her. Sehr gut. Man hätte sich natürlich die Munition hier auch liegen lassen können, ne? Also, hier aufbewahren können. An den Kisten, aber... Scheiß drauf. Ich krieg schon genug zusammen, ey. Komm, einen musst du da reinwerfen, oder? Das wollt ihr noch sehen. Alter. Alter, ich sterb gleich. Heil dich! Boah, Junge. Leben am Limit. Was auch wirklich geil ist. Jedes Mal, wenn du wirklich, äh... ...fass tot bist... ...und dich schnell heilen musst, dass er sich die Scheiße jedes Mal anguckt hat. Das ist doch ein Witz, Alter. Das ist doch ein Witz, Alter. Oh shit, war das knapp! Boah! Das war wirklich knapp, ey. Hätte ich das jetzt nicht gemacht... ...glauben Sie, das wär's gewesen, oder? Das war wirklich knapp, ey. Hätte ich das jetzt nicht gemacht... Oh, Dreck! Keine halben Sachen, ey. Weg! Weg! Weg, Alter! Sind es die gleichen? Oh Gott, sagen, ne. Okidoki! Ich hätte ja gedacht, dass jetzt hier irgendwie so ein Boss wird... Ehm... Achtung! Bedienende müssen jederzeit Schutzkleidung tragen. Ok. Aber irgendwie... Es ist jetzt auch nichts Besonderes, die Fahrt. Sag ich euch ganz ehrlich. Das ist irgendwie... ...wie in Berlin U-Bahn fahren, ey. Was hast du meinen? Nein! Nein! What?! Was?! Du bist Onehit?! Ok. Ja, das ist... Gut zu wissen. Ansonsten muss das echt ganz gut, die Taktik. Oh my God, ähh... Wechsel doch mal bitte auf die verfickte Schreischrote. Das dauert alles so mega lange. 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 Das sah irgendwie aus wie eine Fingerpistole nach vorne. Das dauert alles so mega. 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 Eigentlich habe ich nicht gefunden. Das. Und dann habe ich auch noch etwas drauf nữa. Ich habe das fertig gefunden. Ich nehme mir guns, dass du bei Gears of war. Da du Das ist doch ganz gut So, ey, Freunde Was soll ich sagen, es macht echt Bock gerade Es macht wirklich echt Bock Auch wenn der Boss-File wirklich jetzt nicht so stark war Ich fand den jetzt nicht so Ehrlich gesagt ein bisschen lame Aber könnt ihr gerne mal reinschauen, wie fandet ihr den? Cool sah aber trotzdem noch für aus So, haut rein und tschüss